Hallöchen, ihr Barnausen da draußen und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Minecraft Enigmatiker Teil dabei. So, wir machen uns jetzt mal ein paar Gäbelchen. Ich würde sagen so, so vielleicht, dass wir da auf jeden Fall rüber kommen. So, jetzt brauchen wir ein bisschen Wasser. Nehmen wir uns mal ein bisschen was mit, weil ich muss auch weiter runter. Warte mal. Hallo? Das kann ich ja hier noch legen. Das ist ja nicht das Problem. Aber da hinten können wir ein Problem kriegen. Aber, gehen wir auch hin. Schön alles hier drunter legen. So, äh, warte mal. Da ich ja noch nicht fliegen kann, wirklich. Dann hat die, bin ich ein bisschen schwer. So, guck mal. Das Käbelchen liegt auch. Aber die Frage ist, ach so, ich muss ja hier, das fertig, ne? So. Ignore. Und ab geht's. Ab geht die Party. Und die Party, die geht ab. Da, 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 da. Da, 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 da. So. Jetzt kannst du mal weitermachen. Mein Freund und Kupferstecher. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Weil jetzt wird wieder Strom verballert. Weil jetzt, ähm... Genau. Jetzt wird nämlich wieder Strom verballert, weil jetzt unten natürlich die... Haben wir da eigentlich... Ja, da haben wir den auf Output stehen. Okay. Da muss ich den Hammer gleich entholen. Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala Dann schauen wir den nämlich auch auf Output. So, bitteschön. Ne, gar nicht auf Output, du. Das in. Ist das ja. Ne. Der muss auf in. Du hörst hier. Der muss doch so. So Input. Du würfst. So. Das ist Output. Das ist schon klar. Juhu. Erstmal baden gehen. Auch gut. Gut. Gut, gut, gut. So. Dann wollen wir den Schmuh mal zumachen hier. Komplett. Ich mach da eigentlich immer gerne zu, weil... Erstens kann da da nichts spawnen, was natürlich jetzt nicht unbedingt der Fall ist, aber... Ich bin da eher auf der sicheren Seite. Ich bin da eher auf der sicheren Seite. Äh, erstmal einen guten Anfall kriegen. Auch schön. Ja. Sieht dämlich aus, aber ist egal. Dann haben wir hier ein Doppelding. So schön. Hat auch nicht jeder. So. Machen wir da ein Doppelteil. Ist auch schon was schönes. So, dann machen wir den Schmuh mal zu mit Glas. Ich bin mal überlegen, was für ein Glas. Ähm. Nehmen wir auf jeden Fall mal was anderes. Die Grit. Nehmen wir auch einen Hardsteel. So. Da haben wir unsere, ne? Diggenskirchen. Die Frage ist jetzt... Ich weiß jetzt... Ich weiß immer hundertprozentig, wie... ...das war. Warte mal, jetzt muss ich erstmal überlegen. Wenn ich jetzt hier einen drauf kippe. Wolland fließt der? Wofür natürlich nicht da? Na, natürlich nicht. Äh. Das ging irgendwie ganz easy. Aber ich weiß nicht mehr genau, war. Wie? Warte mal, ging das so? Ja, dann fließt der trotzdem runter, ne? Genau. Aber sowas nicht. Oder war es so? Nein. So war es, oder? So war es, genau. Aber dann muss ich den da hinten wieder zumachen, ne? Ja, oder auch nicht. Hä? Was ich denn jedes Mal zubauen, die ganze Kacke? War das so? Alte Mistvieh? War echt so? Genau, so ging es, ja. So war es. Ja, okay. Dann muss man das mal angehen. Den ganzen Schmuch. Aber sonst nichts zu tun. So, das heißt. Da wird zugebaut. So, dann kommt hier im Prinzip dann später das hin. So, dann gehen wir erst mal Wasser holen. War dein Stress. Warum gehe ich eigentlich nicht über den Aufzug? Ich kann da oben rüber laufen. Weiß auch keiner, ne? Das ist dann, äh... Das ist dann mit dem Waterwheel, wenn man die vernünftig, äh... Ja. Steuern will. Und jetzt, das geht nämlich jetzt wieder nicht, ne? Ich wusste, dass das wieder passiert. Weil, jetzt müsste ich hier nämlich wieder zubauen. So. Jetzt müsste es eigentlich wieder gehen. Ja. Genau. Du musst hier nämlich einzeln alle... ...vormachen. So, jetzt können wir uns noch kurz einholen. Und dann sollten wir es eigentlich haben. Genau. Die laufen zwar nicht alle gleichzeitig, also, äh... Doch, die laufen wohl synchron. Haha. Cool. Habe ich doch hingeregt. Dann können wir den Schmutz zu machen. So. Und wir kriegen auf jeden Fall genug Strom. Definitiv. So. Läuft. Da läuft das Wasser gegen die Glaswand. Läuft runter. Und fertig. Ich glaube, es war jetzt nicht das schnellste, glaube ich. Weiß ich gar nicht. Obwohl er über die komplette Länge, glaube ich, fließt. Ich weiß es nicht, ob er das schnellste ist, äh, noch schneller geht. Ist doch scheißegal. Er läuft. Und das ist das Wichtigste. Er läuft und wir haben auf jeden Fall vollen Strom. Momentan. Deswegen kann uns das relativ egal sein. Es läuft. So. Wir haben fünf Wasserräder jetzt, zwei Windräder. Und strommäßig sieht es gut aus. Capacitor ist voll. So. Und wir haben... Stone. Warum auch immer. Ja, wegen dem allen Zeug da. Genau. Diese Anblasel Stone. War das. So. Inmarkern weg. Wir haben noch eine Schere. Warum haben wir noch eine Schere? Haben wir nicht schon irgendwas mehr? Tin nur. Wow. Aber dafür haben wir schon 18 Emeralds. Auch geil. Ja, mal schauen. Natürlich jetzt nicht... Der ist jetzt nicht rasend, aber... Besser als nix erstmal. Und der läuft ja weiter, wenn ich nicht drauf bin. Okay. 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 So, dann wollen wir uns mal jetzt den Thermionic Fabricator gönnen. Und da auch mal weitermachen. Weil jetzt haben wir auch genug Strom für eine Farm, glaube ich. Gehe ich mal stark von aus. Dann können wir die Oaks vielleicht wegprügeln und da eine Oak Farm machen. Also eine Oakwood Farm. Hätten wir da auf jeden Fall ein Ding weg. Und die dann theoretisch benutzen für Charcoal machen. Schauen wir mal. Thermionic Fabricator. Wir brauchten Goldgears, ne? Thermionic. So leiser. Genau, vier Goldgears brauchen wir. Acht, sechzehn, vier, acht, sechzehn, sechzehn. Vier, acht, sechzehn. Sechzehn Gold brauchen wir. Und Gold ist schon wieder voll, äh, leer. Dann hauen wir da so lang Kupfer wieder rein. Tin ist auch noch ein bisschen drin. Sehr gut, läuft. Sechzehn sind vier Goldgears. Die müssen wir auf jeden Fall haben. Dafür. So, ein paar Goldgears. Vier Stück an der Zahl. Dann brauchen wir eigentlich nichts mehr. Weil Glas haben wir. Das haben wir, das haben wir. Sollte eigentlich passen. So, zwei. Drei. Ganz schön teuer für so eine Maschine. Vier. So. Glas. 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 Drei Stück. Wir brauchen ein Impregnated Casing. Wir brauchen ein Haben wir da noch da drin? Ein Hardenet Casing. Und wir brauchen vier Goldgears. Drei Glas. Und da haben wir ihn noch. Guck mal an. Termionic Fabricator. Geil. Bottle of Enchanting. Ganz wichtig. Also. Ich hätte mir jetzt nichts wertvolleres vorgestellt als das Teil. So, Termionic Fabricator ist dran. Strom hat er. Ähm. Als nächstes müssen wir wahrscheinlich, glaube ich, Tintubes bauen, ne? Genau. Tint, Elektron. Ne, wir brauchen eine Circuitboard. Ach ja. Mit dem Sorrowing Iron. Für die Farms. Stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Wir brauchen eine Circuitboard. Eins. Zierkuitboard. Für ein Elektron-Für. Wir brauchen ein Carpenter. Redstone und ein Tin. Und ein Wasser. Wir werden auf jeden Fall auf mindestens das hier gehen. Oder? Weiß nicht. Vielleicht bauen wir auch zwei Farmen. Weiß ich noch nicht, wie wir das machen. Auf jeden Fall bauen wir erstmal einen. Wir brauchen ein Tin und ein bisschen Redstone. Wir brauchen mehr, 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 mehr. Sechs Redstone. Okay. Dann machen wir das doch. Sit, sit. Sechs und ein Tin. Und ab geht die Pfad. Ab geht die wilde Pfad. Oh, los. D, 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 d. Danke. Circuit Board. Haben wir. Da machen wir ein Solowing Iron für. Auf jeden. Auf jeden. Was? Was für ein Coin? Astral Star Metal Coin. Wir brauchen ein Solowing Iron. Also ein Lötkolben. Um genau zu sein. Carpenter, drei Eisen, ein Bronze, einmal Wasser. Okay. Kriegen wir hin. Drei Eisen, einmal Dingens und ein Wasser. Ein Wässerchen. Das sollten wir auch eben machen, das Dingens. Das brauchen wir sowieso. Sowas und so, ne? Genau. Machen wir. Den brauchen wir auf jeden Fall. Okay. Damit wir die Farben, ja, Elektronik machen können. Kann man so sagen. So, und wir brauchen theoretisch hier so ein Circuit Board. Da. Und da können wir hier eine Automatik Farm machen. Äh. Weiß mir schon klar. Wir können einen Elektron-Tube machen. Das heißt, wir können eigentlich nur. Ich glaube, einen rein machen, ne? Egal. Wir machen jetzt erstmal. Ich glaube, wir können nur einen machen. In order to use the Circuit Board right-click with the server, blah, blah, blah. Ähm. And put the Circuit Board in 0. Depending on the circuit, you will have to 1 to 4 possible slots. Ja. Also 1 bis 4. Oh. Oh, schmeißt weg. Oh. Böken. Ah. Manuel-Weed-Farben. Ich will aber keine Manuel-Weed-Farben. Vor allem keine Manuel. Wer will ein Manuel haben? Ekelhaft. Aber egal. Wir machen jetzt einen Elektron-Tube. Warte mal. Was für Circuit Boards wäre theoretisch 2? Das war das, ne? Okay. Das ist teuer. Ein 4er ist teuer. Das ist noch billig. 3? Aber ich würde sagen, wir machen eher ein 2er. Das wäre... Oder wir machen 2, 1. Ja, ne? Hm. Aha. Guck mal mal. Wie wir es machen. Äh. In Elektron-Typs, ne? Hab ich gesagt. Elektron. In. Was war denn jetzt welches? Manual, Automatic, Succulent Farm. Crop Farm, Managed Crop Farm. Das ist gut. Arboretum, das ist Baum. Das ist golden. Kakao. Peat, Bock. Infernal Farm. Keine Ahnung, was eine Infernal Farm ist. Crop Cards, Shroom, Mushrooms. Keine Ahnung. Automatic, kennt ihr gar nicht. Egal, wir machen jetzt mal Tin. Äh, 5 Tin. 2 Redstone und Liquid Glass. Jetzt weiß ich nicht, wie viel Liquid Glass ist. Also, wir machen auf jeden Fall 5 Tin. 2 Redstone. Was hat denn Managed? Ne, Manual Lead Farm. Was ist denn Manual Lead Farm? Ich will keine Manual Scheiße. Immer diese Manual Pisse. Das will auch keiner. Wer will denn eine Manual Farm haben, wenn ich eine Automatic Farm bauen kann? Egal, wir brauchen das Ding jetzt mal kurz fertig. 5 Stück. 2 davon. Wir brauchen ein bisschen Glas. Ich weiß nicht, wie viel. Das ist halt für die Frage. Machen wir mal 4 rein. Missing Liquid Resources. Ja, mach doch mal. Hau rein. Du Wurst. Okay, macht, okay. Einer macht 1000. Alles klar. Ja, danke. Claim Chest. Danke. Laser Lead can be used to upgrade machine speed as the cost of initial energy. That can also be used to set farms to nether wart. Äh, nether wart sind, okay. Gut, haben wir das auch. Oh, Angel Blocks. Das ist gar nicht mehr so schlecht. Tatsächlich. Weil die kann man einfach irgendwo in der Luft setzen. Aber gut. Ich würde sagen, wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst ein Kommentar da. Ansonsten wieder einen schönen Tag, einen schönen Abend. Wie auch immer, bis zum nächsten Mal. Zu einer Runde. Minecraft Enigmatiker. Teil 2. Tschüssingen.